Willkommen bei Profischnack.de. Ein relativ neues Modell von Willi Schillig habe ich heute für Sie. Und zwar das Modell 23680 Zoe in einem Samt Velvor Kupferfarben mit Verstellung des Rückens. Zuerst neuer Sitzkomfort von Schillig, eher etwas softer, nicht so fest, aber mit genügend Widerstand, Federkern im Sitz unten drunter, einer feinen Rampe und etwas mehr Bodenfreiheit. So wird die Garnitur richtig schön leicht. Und dann können Sie hier auf dem überbreiten Longchair natürlich zu zweit wunderbar lümmeln. Meine zwei Bären und ich machen es mal vor. Das ist Kiesel, das ist nicht dabei, das ist 3D Deko bei uns im Showroom in Empfingen. Sie sind recht herzlich eingeladen mal vorbeizuschauen. Und Sie haben hier eine ganz einfache Rückenverstellung. Sie stellen einfach hier den Rücken hoch und schon haben Sie mehr Tiefe zum Lümmeln. Hier kann auch mal jemand übernachten. Man kann sich jetzt hier so richtig schön reinfläzen. So haben nicht nur zwei einen Lümmelkomfort, sondern drei, vier, fünf. Zoe von Willi Schillig in einem modischen Samt Velour Kupferfarben. Ganz frisch von der Messe gekommen, zu einem ganz frischen, unverbrauchten Preis. Kriegen Sie so im Markt ganz sicher nirgends. Wenn Sie etwas Modisches wollen, wo leicht wirkt und eine hohe Bequemlichkeit bietet, dann empfehle ich Ihnen Zoe von Willi Schillig. Dankeschön und tschüss. Schnappen, sie, zu.